I'm fast as fuck, boy! Ist bestimmt wieder da, du. Ja. Äh, mein Text ist rot. Was heißt denn Nachbar? Was ist das denn da? Hm, keine Ahnung. Komm, dann wieder ein Team-Map! Oh nee, fuck! Äh, hier ist wieder eine Schlüsselkarte, die brauchen wir nicht, oder? Nee, die sind alle offen, du kannst direkt rangehen an die Hebel. Normalerweise ist da eine Schlüsselkarte vor, oder was? Genau. Was ist, wenn man Coin findet? Das Trampolin geht nicht. Schade. Denn sieht man mich hier, wenn ich hier rausgucke? Nee, ich passt da gar nicht rein, Mist. Ich wollte in den Schrank und zu machen. Moment, ist das überhaupt Jen? Das hier Jen? Nee. Du schon wieder! Ich bin wieder Dalu? Weg! Nee, du hast nicht geredet, du hast gelesen, was du machen musst, oder? Dalu? Suki! Dalu! Ich geh hier! Du bist es! Ich bin jetzt nicht! Suki! Ich bin jetzt nicht! Ich bin jetzt! Wer ist es? Suki wahrscheinlich! Dalu ist es! Dalu ist es! Ich hab in der Sitz-Riegel. Ich glaube es ist Jen! Ich glaube es ist! Hallo! Aha! Ich bin's also! Also mein Hinweis hat mir noch nicht geholfen! Ja, das hier ist das ganze erste Haus, oder? Ist das so? Oder ist das komplette Standardhaus hier? Ich hab das Spiel nie gespielt, kenn ich es! Auch noch nen Helm! Ja, ich hab noch nie nen Helm gesehen! Das kann wie die aussehen! Oh! Hier ist ein Schlüssel! Oder ist das? Fass dich, fass dich! Fass dich! Fass dich! Fass dich! Hallo, oder? Aber 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 Hilfe! Er schieße ihn ab! Ist das Danu? Ist das Danu? Ja, ist das Danu! So wie du redest hier dann, ne? Wer ist das Danu? Danu ist es Danu ist es Dau, ist es Danu ist es Der gibt das Der gibt das hinter uns vor der kommt Gepupst Das hier oben Wunder wird Ich habe einen Schlüssel gehabt Aber leider gebrochen. Nicht hier drin. Hast du ihn noch? Okay. Was ist denn hier? Warum tut er das? Nein, er hat mich. Schütt ihn ab. Schütt ihn ab. Nein. Ich sehe nichts. I'm fast as fuck, boy. Ja. Hatt ihn. Hatt ihn. Wo ist er? Weiß ich nicht. Er hat sich eine Gartenklappe, aber nicht. Nicht so weit. Okay. Was ist das denn hier? Die Blume da? Das ist jetzt. Blumenwasser. Der Kürbis. Der Kürbis nimmt ihn weg. Scheiße. Hast du den Schnitzel noch? Was seid ihr denn? Ihr fangt Metallur. Wer ist hier drin? Mich hat mich, mich hat mich, mich hat mich, hat mich, hat mich, hat mich, hat mich. Ich kann nichts sehen. Gib mir! Mann, das ist so eine Scheiße, dieses Gas. Da kannst du nichts gegen tun. ja 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 Jolie! Jolie, du schaffst das! Jolie, du schaffst das! Jolie, du schaffst das! einfach immer weglaufen du musst kämpfen ich höre ich nur schrei laufen hinterher und dreht sich um und kehrt nicht weil du einfach während weiterläuft ein bisschen zu wenig mal schauen was wir jetzt machen ist das radio blau als seltenheit aber überlebt damit der shepherd fahren so klingt das der arme chevy bin down oder ich hab ja auto revive an bin ich down wer ist es ich habe eine knarre die kann sogar schießen ich kann ihn damit einmal killen glaube ich wir müssen aufs dach für die letzten schlüssel so wie lockt uns in der falle müssen wir aufpassen hilfe hilfe oh sorry verschwinde du ekliges stück wer nimmst du mich arme julie arme julie ach du schlüssel das ist aber hart ich rette jen jetzt nicht ne Nö sehr gut einen habe ich was suchen wir gelb habe ich ja wo bist du müssen runter kommt schnell hier raus runter jetzt wir müssen runter team wo ist gipi gerbsen äh gipi wenn ich jetzt hier runter springen muss mich einer aufheben deswegen wäre gut wenn gipi da unten ist dann sind beide da und wer hebt die dann auf ich habe überlebt ja schlüssel hilfe schlüssel endlich mal gewonnen das ist der nach gar nichts da kann man nichts machen wenn alle fünf beieinander bleiben auf geht's schlüssel 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 und außerdem ist auf t wechselt man zu kinder als ob ich das nicht nimm das torro Toro ist es. Wer soll es sonst sein? Es kann nur Toro oder Gipi sein. Ich glaube, es ist wieder Gipi. Okay, ich glaube, Toro ist es. Okay, ich habe vier Schlüssel jetzt mit. Das reicht. Dann kommen wir jetzt raus eigentlich. Ja, dann los. Es ist gelb und blau brauchen wir noch. Warte mal, wer ist denn das hier? Haua. Haltet Abstand, ich habe ein Gewehr. Tuki, es ist. Es hat. Clown, Clown, bei mir. Nein, ich bin wieder Knuff. Oh Gott. Oh Gott, mach doch nicht noch schlimmer. Wie lange hält denn hier die Kacke? Ich habe dich alle eingestellt, komm herauf. Die kommen durch. Die kommen durch als Jar. Ey. Ah, Suzuki Dingels. Wofür kann ich wohl schlagen? Wofür kann ich wohl schlagen? Hallo, was sag dir denn? Suki. Suki. Der ist hier irgendwo. Ja. Ja, wo sind denn die Kacke? Schlüssel, Mann. Da, nur hat er eben fünf. Ja, bitte. Da ist, wir haben ein Telefon. Hallo, was soll das? Nichts? Hast du die Schlüssel? Nein, ich habe geblufft, damit der Killer sich verwandelt. Achso. Ähm. Ja, ich habe Suki mal umgebracht, ne? Sehr gut, sehr gut. Das ist ja echt One-Shot. Ja, das Gewehr ist krass. Kann ich das jetzt wegschmeißen? Ja, aber du solltest einen anderen Gegenstand nehmen, weil das Ding wirfst du nicht weit. Ich kann ihn grad nicht werfen. Suki, äh, Jen. Ja, egal. Lauf weg. Suki, hau ab mit dem Kürbel. Oh Gott! Ja. Oh, schade. Hau ran. Oh, Mann. Hupf, was bist du? Hippie, hinter dir! Hippie! Ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr. Hammer-Time! Radio-Time! Weck da! Ich werde gefressen. Ich habe verfehlt! Hab nicht! Und tot. Was lachst du hier hinter der Wand, du Holzkopf, hä? Oh, ho, 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 ho! Holzkopf! Ich zieh dich noch da, du warte nur. Im Leben nicht, Suki! Niemand hat mir gesagt, dass es auch noch ein Clown mit böser Stimme gibt. Hallo, wo bist du? Oh Gott, hört ihr die Stimme jetzt? Die ist schrecklich! Ich habe ein Schlüssel. Aff nicht. Oh, ho! Ouh! Ach! Ahh! Bist du das? Jaja Hier ist noch ein funktionierender Helm Ich hab einen Ahnung Wo ist denn Juli? In unten Nicht Äh Achtung, Wallhack kommt Der Killer ist bei ihm in der Nähe Juli bei dir Lieber mir Abwerfen Wirf drauf Ah ist zu spät Wir können die hier oben aber finden Im Keller habe ich noch einen gelben Schlüssel gesehen Lass uns erst den holen Ja Rot und Gelb glaube ich Glaube, Rot und Gelb Ja 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 Nicht weglaufen Dalu Komm schon Spiel mit mir Dalu Hallo Hallo Ich hab hier eine schöne Poppe für dich Ja 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 Nichts Rot oder Gelb Gelb fehlte glaube ich oder Blau Blau, wieder auch. Suki? Ich muss leider noch mal in diese Küche kommen. Ich glaube, ich muss nur noch in die Küche kommen, dann habe ich es. Suki, warte, warte, warte. Warte, ich soll warten? Ja, ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wo habe ich den jetzt fallen gelassen? Damn. Ein Trop. nein ich wusste dass du ein prop bist aber ich hatte nichts mehr es waren beide blau war auch noch ich hatte beide gab ja 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 aber du hast den blauen für unten in der ich bin so oft einfach hat mir die tür zugemacht bin dahinter stehen sechsmal